Flughäfen sind Knotenpunkte der Wirtschaft. Gleich in doppelter Hinsicht leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Volkswirtschaft. Einerseits ist es ein Ort, an dem in hoher Dichte eine sehr hohe Wertschöpfung erbracht wird. Andererseits sind sie sehr wichtig für die Standortqualität. Ohne die Erreichbarkeit eines Wirtschaftsstandorts ist die internationale Arbeitsteilung, sind Exporte und ist Tourismus kaum möglich. Deswegen hat Back Economics zusammen mit Infras die Bedeutung des Flughafens untersucht für die Wirtschaft der Region Zürich und darüber hinaus. Die Untersuchung zeigt, dass 27.000 Arbeitsplätze im und rund um den Flughafen bestehen. Das entspricht rund vier Prozent der Beschäftigten im Kanton Zürich. Fast jeder zwanzigste Beschäftigte im Kanton ist also im oder um den Flughafen beschäftigt. Diese Personen erwirtschaften eine Wirtschaftskraft von fünf Milliarden Franken und dies jedes Jahr. Ungefähr 0,7 Prozent des Schweizer BIPs sind also auf die Aktivitäten am Flughafen zurückzuführen. Zusätzlich leistet der Flughafen eben einen großen Beitrag zur Erreichbarkeit des Standorts. Zürich gehört in Europa zu den zehn Prozent der am besten erreichbaren Standorte etwas, was ohne den Flughafen nicht möglich wäre. Dies zeigt die hohe Bedeutung des Flughafens Zürichs für die Volkswirtschaft sowohl direkt als Wirtschaftsstandort wie auch indirekt für die Standortqualität.